Willkommen zum allerersten interaktiven Roman bei YouTube. Und das mag großspurig klingen, aber ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Wie funktioniert das Ganze? Du entscheidest selbst, wie die Geschichte weitergeht, indem du in der Endcard klickst, so soll die Geschichte weitergehen oder so soll die Geschichte für dich weitergehen. Vielleicht kennst du dieses Konzept von der Insel der tausend Gefahren. Ein Roman aus den 60er Jahren, der sich insbesondere in den 80er und 90er Jahren größter Beliebtheit erfreute. Wo du auf einer einsamen Insel bist und du entscheidest, möchtest du weiter am Strand entlang gehen, dann lies weiter auf Seite so und so. Oder möchtest du ins Inselinnere, dann lies weiter auf Seite so und so. Ich präsentiere dir heute das Büro der tausend Gefahren. Hier kannst du nicht sterben, aber du kannst gekündigt werden und befördert. Und du klickst auf der Endcard, wie die Geschichte für dich weitergehen soll. Wählst du diesen Weg oder wählst du diesen Weg? Deshalb jetzt Das Büro der tausend Gefahren von Andreas Peter gelesen vom Autor Sie sind Lars Heinzmann, 30 Jahre, Werbekaufmann. Ihr Leben läuft in geordneten Bahnen. Und genau das ist ihr Problem. Aber heute ist der Tag, an dem sich dies ändern kann. Sie sitzen an ihrem Arbeitsplatz in einem Großraumbüro, in dem mannshohe Palmen in großen Kübeln die Arbeitsatmosphäre humanisieren sollen. Ihr Chef tritt an sie heran. Sie sehen ihn nicht und erschrecken beinahe über die Stimme im toten Winkel ihres Rückens. Kaum einen Meter von ihrem Kopf entfernt. Heinzmann! In mein Büro! Sie tun formell so, als müssten sie das Dokument, das sie gar nicht bearbeiten, noch abspeichern, bevor sie sich erheben, um nicht ganz so hörig zu wirken. Und stehen dann ruckartig auf, um mit strenger Miene über die Köpfe der anderen Mitarbeiter im Büro zu schweifen und sich anschließend mit gezieltem Schritt auf den Weg zum Büro ihres Chefs zu machen, um ihren Kollegen den Eindruck zu vermitteln, ich habe alles unter Kontrolle, ich habe unlängst mit diesem Gespräch gerechnet und es geht um meine wohlverdiente Gehaltserhöhung, nebst meiner Beförderung zum Department Chief, Assistent Manager oder sonst irgendeiner Position, von der sie keine Ahnung haben, was sie eigentlich leitet und nicht um einen Tadel. Ihr Chef, bereits selbst wieder fast in seinem ledernen Sessel versunken, mit seinen Händen auf den Lehnen abstützend und mit dem Hintern noch 10 cm von dem weichen, hinternfreundlichen Polster entfernt, von dem sie an ihrem Arbeitsplatz nur träumen können, dabei konzentriert und souverän auf die Tischplatte des Schreibtisches blickend, teilt ihnen mit minimalistischer Vokalik mit Sätzen, Heinzemann! So als wäre jedes überflüssige Wort, das nicht zur korrekten Übermittlung einer Botschaft von Nöten ist, unökonomisch und damit aus betriebswirtschaftlicher Sicht verschwenderisch. Sie tun wie geheißen und fühlen sich schon wieder unbeholfen, als sie sich in dem sogenannten Besuchersessel, dessen Stuhlbeine aus einem nach links umgekippten Ube stehen, niederlassen und dieser seiner Geometrie entsprechend zu schaukeln und zu zittern beginnt. Heinzemann! Ich bin nicht zufrieden! Sie denken darüber nach, ob sie ihrem Chef darauf aufmerksam machen sollen, dass sie Heinzmann und nicht Heinzemann heißen und dass sich diese Tatsache auch nicht dadurch ändert, dass ihr Chef sie an jedem Arbeitstag seit ihrer Einstellung vor zwei Jahren so nennt. Denken diesen Gedanken aber nicht zu Ende, aus Angst, die verbalisierten Gedanken ihres Chefs zu überhören. Ich habe eben mit Frau Möller gesprochen. Die hat die Präsentation noch nicht erhalten. Dabei habe ich den Auftrag doch zur Chefsache erklärt. Ja eben, antworten sie. Ihr Chef schaut sie einen Augenblick verständnislos an. Der Auftrag hatte absolute Priorität, versuchte er es auf andere Weise. Jetzt erst dämmert ihnen, dass Chefsache nicht bedeutet, dass der Chef die Arbeit erledigt, sondern, dass die Sache so ist wie der Chef. Nämlich wichtig. Ach, ich, setzen sie an, werden aber von ihrem Chef unterbrochen. Ich will, dass die Sache fertig wird. Heute noch. Dafür werden sie wohl Überstunden machen müssen. Sie antworten, ja dann, mache ich mich mal an die Arbeit. Dann klick hier. Oder du antwortest, ich denke gar nicht daran. Dann klick hier unten. Dann klick hier unten. Dann klick hier unten. Dann klick hier auf der Chef und dann klick hier unten. Vielen Dank.